Zu gütig von dir. Ich konnte ihn nicht leiden lassen, er wäre eh gestorben. Ja, wir hätten nichts für ihn tun können, wir haben keine Ersatzmaske, wir brauchen unsere, nur die Stärksten überleben. Aber geil, du kannst ja entscheiden. Ja. Lass ihn einfach liegen oder... Aber wie eiskalt, ganz schnell gehandelt. Das war einfach Hollywood-mäßig, ja, so wie man es einfach kennt. Einen gnadenvollen Tod. Und es hat sich so wehgetan. Ja, genau. Er musste nicht lange leiden. Denk ich mal. Ich weiß es nicht. Weil sonst hätte er sich ganz langsam, hätte ihn das Virus zerfressen. Ja, stimmt. Und er wäre zu einer unkontrollierbaren Bestie geworden. Stimmt, wir müssen ja verhindern, dass er zu einer Bestie geworden ist. Warum ist da gerade sowas? Machen wir die Taschenlampe aus. Oh ja, macht die Taschenlampe aus. Und L2 zum Lauschen. Oh mein. Bleib da. Okay. Oh ja, mit Dreieck. Hinter ihn und mit Dreieck dann finishen, alter. Zum Erwürgen, alter. Oh yes. Stör. Okay, ich lasse die Taschenlampe nochmal aus. Ja. Man sieht ja dennoch noch einigermaßen was. Himmel. Oh scheiße. Okay, da sind sie am fressen. Okay, da sind sie am fressen. Danke, sorry. Leute. Okay, Leute. Wie kommen wir an diesen Infizierten hier vorbei? Sollen wir es wagen, uns hier ganz langsam vorbeizuschleichen? Oh Gott, wo ist die Begleiterin? Oh, ich gehe lieber nochmal kurz zurück. Leute, seid mir nicht böse, wenn ich hier nochmal kurz Zeit schinde, ne? Aber, das ist mir gerade nicht geholfen. Bist du das? Okay, okay. Ich schwage es einfach mal. Ich bin mir nicht sicher, ob da... Alter, die sind so richtig fett am fressen, ne? Das ist... Oh nein. Nein, nein, nein. Aber, sie werden uns nicht sehen. Ich gehe hier... Oh, scheiße, gut. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Gehen hier die Treppe hoch. Und hier hört das Virus auch schon wieder auf. Puh, wir haben es geschafft. Sehr schön. Aber da geht es schon wieder weiter. Oh, verdammt. Und da ist auch wieder der Marine am Start. Hallo, Leute. Ich bin wieder da. Musste kurz meine Naße putzen, weil... So, was ist denn mal am Vorgarten hier? Sorry nochmal. Ich wollte jetzt gleich nicht hier unterbrechen hier. Ne, hast du... Nimm Let's Play. Hast du nichts verpasst? Was habe ich verpasst? Hast du gar nichts verpasst? Hier, wir sind an den beiden fressenden Infizierten schön vorbeigeschlichen. Ich musste nochmal am Anfang zurück, weil ich Angst hatte, dass unsere Begleiterin, dessen Name ich leider immer noch nicht weiß, hier wollte ich mal nachschauen, ob es der auch noch gut ist. So, da haben wir den Schleichmodus, mal wieder weg hier. Der Pascal, 1304. Hallöchen! Bist du online? Hier ist eine Notiz. Was war denn da? Nein, Alvin, nehme ich dir auf mit Dreieck. Nachricht an Bruder ansehen. Äh, ja. Ja, wir größern mal. Naja, kann man aber nicht wirklich lesen. Wenn ihr es lesen könnt, dann drückt er... Ach, lesen. Oh. Drückt er hier Stopp, ne? Wenn ihr es lesen wollt, weil... Oder schreibt in die Kommentare, wenn ihr es wollt, dass ich es vorlese. Oder wir es vorlesen, ja, aber... Ich hab halt die Vorlesestimme. Hahaha. Also, schließen. Okay, guter Witz, Fluff. Guter Witz. Voll, ja. Ist, äh, ist nur die Wahrheit. Äpf. Ich hab nicht genossen, ne? Ich lese das einfach mal gerne vor. Zum Angreifen. Wen denn? Soll ich dich schlagen? Pass auf, pass auf, da ist einer irgendwo. Ja, den hier und den soll ich die Ecke schlagen. Bam, hier gibt's Fett auf die... Bam. Die Fresse, ne? Äh, nicht so genau, Schreiner. Sorry, Alter. Er übersteuert es hier alles wieder. Und das wollen wir doch nicht. Okay, das waren alle. Oh, hey, los. Oh, wie hübsch die aussieht. Oh, look at that boobie. Sure. Schön der Mund auf. Lust auf ein Date. Ich ruf dich an. Ähm, ja. Aber wir haben ja eine Begleiterin. Sie soll ja nicht irgendwie hier denken, wir wollen sie betrügen oder so. Schätzchen, du bist mein Ein und Alles. Hier. Okay, müssen raus. Also, denke ich mal. Hier im Tümpel. Endlich mal wieder an der frischen Luft, ey. Ach, ja. Und hier. Ein bisschen waschen so. Hinlegen, Alter. Ja, also die Hockey. Die, 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 die. Poolparty. Ach, da kann er gar nicht springen. Wann für den Lappen. Basketball hier. Ja, okay, jetzt kannst du wieder reden. Yo. Nur wenn sie reden, solltest du nicht immer dazwischen reden. Ja, dann sollen sie mal die Klappe halten hier. Ja, man ist immer irgendwie am plabbern. Ja, die Mauer ist schon ziemlich hoch. Also, ich würde mal sagen, die Mauer muss weg. Ist ja echt praktisch, dass es hier so Spalte gibt. Oh, hier ein schönes Loch drin ist. Und wieder zumachen. Dass die Zombies auch nicht kommen. Und kein Verdacht, Schöpf. Schön die Waffe wieder bereithalten. Kaution, hä? Watch your step here. Auf jeden deiner Schritte achten hier. Es könnte dein letzter sein. Okay. Merkt's euch. Welches Brett? Das Brett ist weg. Ich geb dir gleich Brett vor Kopf, hä? Wo ist das Brett? Äh, wärst du so nett? Ach ja, ich, ich jump da rüben. Nein, wir müssen jetzt ein Brett finden. Wo ist das Brett? Alter, ich könnte in die Backe schießen. Jetzt suchen wir das Brett. Ja. Ach, hier. Ja, wie sprintet der? Ah, okay. Ja, geiler Sprint, ey. Mega. Einfach umschauen. Hier muss doch irgendwo ein Brett rumliegen. Ja, am helllichten Tag Taschenlabbern. Geh mal runter. Hier muss irgendwo das Brett sein. Hattest du das gesagt, oder? Äh. No. Nö, hast du nicht gesagt, wo das Brett ist. Hier ist es nix. Dann sag ich euch, ich geb dir das Brett vor den Kopf. Ich kann da schlussendlich viel zu blöd hier zum Rüberspringen oder so. Ja, geh mal Tipp. Hier gibst du mir das Brett. Ja, da wäre ich jetzt sowieso langgegangen. Ach, da ist das Brett. Gut, machen wir mal einen Abgang. Aber naja, es sieht nicht wirklich stabil aus. Ganz morsch, verschimmelt. Besser als nix. Besser als nix in diesen Zeiten hier. Hier reich es rüber. Ja, wo bist du denn? Kannst du das überhaupt halten? Hallo, nimm mit. Hallo, wo ist... Ach, da ist die. Jetzt lass ich das wieder los, weil ich denk, die bleibt da stehen. Die schmerzt so ein Gescheitle. So. Dann nimmst du das jetzt. Aber zieh mich bitte mit hoch. So. Drücken zum Platzieren hier. Das ist ganz schön schwer. Sie ist eine starke Frau. Aber wie kommen wir jetzt wieder hoch? Kommen wir wieder hoch, ja. Gar nicht. No. So. Sie hat uns nur benutzt. Ah. Kommen wir hier vielleicht hoch? Doch, ja, probieren wir. Da kommen wir, glaube ich, hoch. Geht doch. Geht doch. Oh, yeah. Okay, Schleichmodus ist jetzt deaktivierender braun, wenn nicht mehr. Yay. Schwing deinen Arsch. Deinen fetten Arsch, schwing ihn mal hier rüber. Zu mir. Komme schon. Lass uns nachsehen, ob hier Soldaten sind. So, ein bisschen umgucken hier. Ah, schöner. Grasgrüner Baum. Es könnte ja sein, dass hier irgendwo Soldaten so scharf schützen, an einem Fenster sitzen und nur warten, bis welche kommen. Ich sage, weil es hier ein Schleichmodus ist, gehe ich auch mal hier rein. Aber, die hat sich bloß geduckt. Alles zu knabelt. Sieht jetzt noch alles ruhig aus. Noch. Wollen wir mal Taschenlampe an? Mach zu. Es ist sehr dunkel hier. Ah, sie hat ja Taschenlampe an, also von daher. Ne, komm. Oh, scheiße. Ja, das ist doch ein bisschen gefährlich, doch Taschenlampe. Schuck was aus! Na, trägst du um, dann steht da so ein Zombie hinter dir. Moment mal, wir haben hier gar nichts. Und schon wieder Ketchup. Nimm dir die Kugeln. Okay. Mach ich vier Kugeln. Super, vier Kugeln. Das ist gut. Können wir echt gut gebrauchen. In diesen schwierigen Zeiten. Ich glaube, du solltest die Tür öffnen. Ne. Das macht die Frau. Schau nach, ob die Luft rein ist. Keine Soldaten, keine Männer von Robert, ja? Du weißt, dass er uns erwartet. Na, das macht's interessanter. Los geht's. Na, komm. Hey, Tess, hey, Tess. Hey, süße Lady, wie geht's dir denn? Nicht jetzt, Terrence. Nein, 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 ist gut. Ich hab die Karte da. Nicht jetzt. Verstanden? Okay. Kann ich machen. Sieht doch nicht gleich so rum, deswegen. Wir gucken uns erstmal die noch. Ich denk mal hier an einen kleinen Shop, da können wir mit mir so was essen. Oh, lecker Ratten, ey. Oh, Ratten, das ist doch mein Lieblingsessen. Mmm, lecker. So ein bisschen nur die Haut abgezogen. Ich warte hier schon Ewigkeiten. Oh, ist wieder lecker. Scheiße, dass ich nicht zoomen kann. Ne, kannst du nicht. Schade. Und hier kann ich auch keine Waffe mehr zücken, weil das irgendwie so ein freundliches Gebiet ist. Ich glaube, da ist schon ein Shop. Geh mal hin. Hello, sexy Lady. Wie? Ohne Lebensmittelkarte gibt's kein Geschäft. Also kriegst du gleich eine Kugel in den Kopf. Oh, Bad Boy, Bad Boy. Lieber nicht. Wir passen lieber auf. Okay, wir gehen weiter. Wir sind schon weg. Was gibt's denn noch zu glotzen? Ich verpasse dir gleich eine. So, Schätzchen, wir wollen keine Aufruhr. Jetzt gehen wir mal hier rein. Oh, 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 oh. Pass auf. Oh, die sind mir hier. Ganz komisch. Anfassen heißt kaufen. Alter, wo sind wir denn hier? Du kommst gar nicht mehr vorbei. Ja, das war schon lange nicht mehr hier. Ja, alles cool. Alles cool. Guck nach vorne. Oh, die machen hier einen Boxkampf. Immer schön tough bleiben, liebe Jungs. Wo bist du denn hin? Oh, Mann. Hau ihn mal rein. Das ist ein Schatz. Ihr gehört zusammen. Geht einfach weiter. Oh, sorry, Tess. Ihr gehört zusammen. Wer bist du denn, ey? Ich bin der Mann an ihrer Seite. Ja, ja, ja. Und wenn du sie anfasst, dann brech dir alle Knochen. Also sei mal lieber vorsichtig. Leg dich nicht mit diesem, mit Max Payne-Verschnitt an. Denn das ist ein... Max Payne 2. Was? Was war das gerade? Alter, was für ein Alki. Das sieht krank aus. Bock auf ein Kartenspiel? Ich klau dem all deine Karten. Ein bisschen Geld zu verlieren? Ich spiel mal ein bisschen Poker gegen den, Alter. Royal Flush. So, wird... Oh. Kommt man denn da? Ich suche Robert. War er hier? Vor einer halben Stunde. Er ist zurück zum Kai. Da ist er jetzt. Ja, ja. Gegen Geld geht alles. Das sind Essenskarten. Oder besser gesagt Lebensmittelkarten. Okay. Wo geht's da her? Okay, die... Oder, warte mal. Nur kurz. Nur kurz. Ich spring da kurz hin. Also mit den Karten kannst du dann halt... äh, Lebensmittel eintauschen. Guck mal nach, äh, nach links. Ja, da war irgendwas. Was haben wir hier? Wanted? Ach, wie wir haben gesucht? Nee, wir haben nicht gesucht. Irgendein Steckbrief von irgendeinem... Oder? Größern. Ja, das sind auf jeden Fall wir. Wir sind so eine... Ja, ich mein, ich mein, ich mein, die hat die Frau. Wegen Firefly komplizent. Was? Komplizenschaft. Firefly. Okay, das sind also die Währungen. Firefly, oder wie? Falschgeld, oder wie? Keine Ahnung. Ey, ich weiß es auch nicht. Wir werden es wahrscheinlich noch im Laufe des Spiels blicken. Und danke für die nette Information, ne? Aber ich würde gerne mal wieder ein paar Zombies sehen und töten. Rising. Rising. Und abschlachten. Komisches Zeichen hier überall. Steht da. Look for the light. Oh, Mann. Los geht's. Lasst uns durch. Dreht um und geht zurück, wenn ihr wisst, was gut für euch ist. Es geht nicht um euch. Wir wollen nur Robert. Macht euch locker. Kehrt jetzt verdammt nochmal um und geht. Ich gehe nirgendwo hin ohne Robert. Mischstück. Ich mach dich kalt, wenn du nicht umkehrst und deinen Hintern wegschaffst. Scheiß drauf. Ich gehe nirgendwo hin. Ich gehe nirgendwo hin. Ich gehe nirgendwo hin. Ich gehe nirgendwo hin. Vielen Dank.